Herzlich Willkommen. So, jetzt geht's ab zur Havelhöhe. Wir fahren jetzt Jesse abholen, denn gestern war eine erfolgreiche Drehung im Bauch. Unfassbar, wie das alles so funktioniert. Aber ab geht's jetzt nach Spandau. Und damit sich der Ausflug auch lohnt, habe ich hier mal eine Drohne mit. Dann werden wir mal versuchen, ein bisschen zu fliegen. Das ist ein Wiener, ein Wiener, ein Wiener, ein Wiener. Das ist ein Wiener, ein Wiener, ein Wiener. Oh, Mensch, war ja anstrengend. Wir haben hier auf den Teufelsberg gelaufen. Und sieht ziemlich geil aus, die Aussicht, die man hier hat. müsste man zu einem Sonnenaufgang mal hinfahren. So, wir sind jetzt gerade zum Olympiastadion hier fahren. Wie man es unschwer erkennen kann, ist hinter uns das Olympiastadion. Richtig fett, oder? Dann werden wir jetzt ein paar Bilder machen von dieser geilen Gare. Wuhuuu! So, ich hoffe, da waren ein paar coole Shots mit dabei. Aber eigentlich sah es ganz geil aus, oder? Zumindest in meinem Kopf. Gut, machen wir jetzt mal noch schöne Bilder. Das ist schon so. Untertitelung. BR 2018 So, jetzt wollen wir mal versuchen, was bei Curry 36 zu bekommen. Mal gucken, ob da was ist. Wir haben nämlich Hunger. Guck mal, jetzt sieht es so aus, als ich schon Sonnenbrand bekommen habe. Jetzt ist es doch gar nicht. Voll. Das ist Corona-Zeit. Ich weiß es noch nicht. Ciao, ciao. Wir haben es bekommen. Ich bin geil, oder? Ja. 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 Bis zum nächsten Mal. So, jetzt sind wir, wie so oft, abends zum Sonnenuntergang fotografieren. Also es ist ein ganz normaler Vlog, also das machen wir den ganzen, jeden Tag machen wir sowas. Ja, aber ich glaube, der Himmel wird wirklich was und ich kann mich ein bisschen ärgern, dass wir gestern nicht da waren. Ich hoffe, das Mikrofon ist eigentlich ganz geil, aber schauen wir mal, ob er uns ja... Ja, und jetzt machen wir ein paar Bilder und das wird geil aussehen. Das ist gar nicht so meins. Dieses Film und dieses Schneiden und dieses... Na ja, vielleicht gewöhnt man sich da noch irgendwie dran. Aber aktuell ist es halt noch nicht so meins. Aber wenn wir jetzt hier positive Sachen bekommen, schreibt mal in den Kommentaren. Ja, 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 ist schon ein bisschen cool. Peace. Schreibt mal. Mä-Mä-Mä-Mä-Mä-Mä-Mä-Mä-Mä-S Aber es ist nicht so geil wie sonst, machen die nämlich ganz oft. Aber es ist nicht so geil wie sonst, machen die nämlich ganz oft. Aber es ist nicht so geil wie sonst, machen die nämlich ganz oft. Aber es ist nicht so geil wie sonst, machen die nämlich ganz oft. Aber es ist nicht so geil wie sonst, machen die nämlich ganz oft. Aber es ist nicht so geil wie sonst.